Seltsam Ihr? Nö Jetzt hat das auch nicht Das kann doch nicht sein, bin ich dann bekloppt? Voll die Party-Mucke, die die hier machen Wo seid ihr, ihr Infizierten? Das verwirrt mich, um ehrlich zu sein, ein klein wenig Ach, dieses verpackte Spiel aber auch Ihr seid auch keine Infizierten Also ich sehe nichts von denen Infizierte Infizierte Tja Tja 30.000 gibt es dafür Und hier sind einfach keine infizierten Säcke Nix, nix, nix Tja Tja Ach, meine lieben Freunde, das ist finde ich ein bisschen ätzend Ich hau hier ab Mh Hm Mh Mh So, mal sehen Wow, warum greifen die mich denn hier an? Also aus welchem Grund die auch mich schon mal hier angreifen Was ist denn hier los Was sind die uns jetzt hier böse oder was Was seid ihr mir denn böse Ja ich komme So dann gucken wir was ihr hier so feines habt So wo ist jetzt dieses seltsame Schiff Das hier Das Crocs reicht Tatsache Wow die hauen ganz schön hier um Ich habe gelesen Dass man die nicht unbedingt angreifen soll Weil das ziemlich fette Typen sind Weil wenn ihr jetzt noch mal hier Euch umguckt So jetzt sind sie schon wieder weg Zumindest sehe ich sie jetzt nicht mehr Tja Warum der Angriff ist doch schon vorbei Tja Die Crocs Boah ist das laut immer wieder So ich möchte dass die mit uns einen Angriff starten Tja dann halt nicht So hi Ähm wo Was für ein Reich Wie heißen die denn Kannst das hier nicht irgendwo sehen Nein Wie heißt denn das Reich Ja gut okay Mission vollgeschlagen Sehr schön Zu welchem Planeten sollen wir zurückkehren Hähne 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 Aber auch eine scheiß Mission die ihr uns hier gegeben habt Machen wir einfach mal ehrlich so sein So So Guten Tag Tja gut also Du bist uns egal Aber ich würde gerne wissen wie jetzt Wie das Reich hier heißt Ähm Müros 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 So jetzt werden wir wieder angegreifen Oh wir haben keine Energie mehr So Hallo Jawohl Und tschüss Tja meine lieben Freunde Ich musste auf jeden Fall jetzt mal hinfliegen Um zu wissen Das Turtok Reich Okay alles klar So dann fliegen wir einmal hier hin So hi Sei gegrüßt Jemand angreift und zwar ist Turtok Reich Das blöde Turtok Reich mag uns nämlich nicht mehr Und darum werden wir es zerstören Die wollten 100 Was weiß ich wie viele 100.000 Kohle von uns Die haben sie ja nicht mal alle So Wir fliegen jetzt auf den ihren Planeten Äh Planeten auf die ihre Heimat So und dann greifen wir nämlich jetzt an Nein du nicht Na wer ist erster im zerstören Ich Oh man Die machen uns ganz schön fettig Ich muss hier gerade mal raus Also das überleben wir nicht Nee Nee Nö Und tschüss Ja 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 Ich weiß So zack Wir sind einfach nicht stark genug Und Kohle kriegen wir auch nicht genug Ich weiß Nicht genau was ich hier falsch mache Aber es ist irgendwas Heftiges was ich hier falsch mache So wir gewinnen auf jeden Fall So wir gewinnen auf jeden Fall Krieg angefangen Weil ich da einmal kurz drauf gefeiert habe Oh oh Bitte sag nicht dass das wahr ist Oh nein was ein Glück So jetzt sind die noch dran Was ist das denn Achso es war noch am Laden Wow die sind aber auch heftig Ey Tja Also ich weiß irgendwas mache ich falsch in der Weltraumphase Zumindest habe ich es keinen Meter drauf Ey doch das sind die Boah sind die heftig Okay also das geht nicht so einfach Das ist alles nicht so einfach wie ich es mir gedacht habe So ein Mist aber auch Wir brauchen auf jeden Fall auch einen neuen Planeten Was? Haben die unser Ding hier eingenommen? Das ist wohl ein Scherz oder? Das ist unser Planet du blöder Sack Das ist unser Planet du blöder Sack Kann doch nicht sein Hammer Boah die haben aber auch Raumschiffe ey das ist echt Schaut euch das mal an ey Die zerrobben uns Boah das darf doch nicht wahr sein Also ich weiß doch gar nicht wie ich jetzt darauf reagieren soll Oh man ich bin Scheiße So So Die sind alle zu weit weg So hier ist wahrscheinlich gar keins Nee Boah das darf doch nicht wahr sein ey Ich glaube es nicht Okay Der ist ganz gut hier Der ist recht in Ordnung Hier wird unsere Kolonne drauf gesetzt Hier hat nur nirgends wo Platz Und das ist schon gut Das ist ja nicht mehr als Das ist doch das alles Das ist ja nicht mehr als